Jetzt bin ich aber geschafft vom Joggen und habe einen Hunger. Wir sehen mich nach einem gesunden Frühstück, aber ich bin hier draußen noch. Da vorne sehe ich was, da sehe ich Kätzchen sehe ich da. Leute, da vorne sind Kätzchen, die man essen kann. Und dann gehen wir doch mal zu den Kätzchen. Kätzchen von der Haselnuss. Jetzt habe ich euch überrascht, oder? Wer von euch hat schon mal Haselnuss-Kätzchen gegessen? Dieses männliche Haselnuss-Kätzchen enthält bis zu 2 Millionen Blütenpollen. Und wenn ihr die durchzieht durch euren Hund, einfach ein bisschen so ableckt, bekommt ihr schon ganz viel Blütenpollen ab. Diese Frühjahrskraft, diese enorme Power. Wir können sie verwenden, wenn wir Grippe haben, wenn wir Erkältung haben, weil sie schweißtreibend sind und das Fieber senken. Und diese Kätzchen hier haben ganz viele Antioxidantien, also Flavonoide. Das ist dieser gelbe Farbstoff. Und er ist super für unser Immunsystem zu stärken. Die Sonne wird wieder kräftiger. Und die Sonne lockt natürlich auch die Bienen an, schon im Februar. Die Honigbienen oder die Wildbienen. Und das ist die erste Nahrung für die Wildbienen. Mutter Natur hat da so etwas ganz Geniales gemacht. Einfach ganzzeitig im Frühjahr schon an die Nahrung gedacht für die Wildbienen. Und warum sollten wir es den Bienen nicht nachmachen und uns diesen vitaminreifen und köstlichen Blütenpollen auch holen. Aus diesen Blütenständen wachsen ja später die Haselnüsse, die ihr sicherlich kennt, die dann im Herbst am Busch sind. Und der Haselnussbusch bekommt seine Nüsse erst im zehnten Lebensjahr. Der Baum selbst oder der Busch kann bis zu 100 Jahre alt werden. Seht ihr diese Knospe hier? Das wird wahrscheinlich eine weibliche Blüte. Die weiblichen Blüten sind ganz, ganz klein. Sie bleiben umschlossen von dieser braunen Knospe. Und man sieht nur eine kleine rote Blütennarbe herausspitzen. Das ist die weibliche Blüte. Könnte man auch essen, aber da müssen wir jetzt einfach noch ein paar Wochen warten. Die Frauen, die mögen diese Kälte nicht so sehr. Und die Watten einfach noch ein bisschen kippen. Und einfach so verspeisen. Es ist am Anfang ein bisschen so. Ja, ein bisschen trocken, klebt an den Zähnen, am Gaumen. Aber jetzt, es hat geregnet, es hat geschneit sogar in der Nacht. Und jetzt ist es auch ein bisschen feucht. Also es ist wie Wasser und Blütenwoll. Und einfach köstlich, einfach köstlich. Falls euch die Blütenstände doch ein bisschen vielleicht zu trocken sind, vielleicht mit Banane. Und jetzt noch einen guten Kräutertee, frisch von der Wiese gepflückt. Was ich vielleicht euch noch erzählen sollte, ihr könnt diese Hasselnusskätzchen auch in heißes Wasser jetzt geben. Und dann habt ihr Hasselnussblütentee. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt bei euch. Mein Name ist Brigitte Eddington und ich leite in Langen eine Heil- und Wildkräuterschule. Und wer mehr über mich erfahren möchte, der klickt einfach hier auf meine Homepage. Und da erfahrt ihr alles über mich und über meine Veranstaltungen. Ich freue mich auf euch. Ciao.